Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo liebe Gemeinde und willkommen hier, Besprechungsstift Sand Tele-Stammtisch. Ich bin euer Bruder Stu und wir besprechen heute den neuen Film, Imiak Clay, der am 4. April in den deutschen Kinos startet. Ich bin aber heute nicht alleine, Schwester Chris und Schwester Rino sind bei mir. Hallo Schwester! Wir werden dafür niemals Vergebung erfahren. Vielen Dank, Bruder Stu. Für diese Anmoderation werde ich in der Tele-Stammtisch-Hölle landen. Aber vielleicht waren wir ja schon in der Hölle, denn wir haben wie gesagt diesen neuen Horrorfilm gesehen und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe so ein paar Sachen gesehen, ein paar Fotos, eine Inhaltsangabe durchgelesen und dachte mir so, oha, neuer Horror von der Stange, weil Benann letztes Jahr hat nicht ausgereicht. Oder hattet ihr eine andere Vermutung? Chris, wie war es bei dir? Ich dachte jetzt nicht an ein typisches Studio-Mainstream-Jumpscare-Fest wegen dem Regisseur. Der hat ja zuvor auch schon mit Sidney Sweeney gearbeitet und etwas Schwülstigeres abgeliefert mit The Voyeurs. Und Sidney Sweeney selbst denke ich auch nicht, dass sie so einen Horrorfilm von der Stange machen würde, weil sie ist ja momentan stark im Kommen und hat eine Menge Projekte in der Pipeline. Okay, da war eine 0815-Romcom und ein noch 0815-iger Superhelden-Film dabei. Aber ich hätte jetzt nicht mit sowas von der Stange gerechnet. Nein, ich dachte schon, das hat so ein, vom Trailer her auch, hatte das eben so einen leicht europäischen Touch auch, vom Look her, deswegen, da habe ich schon was anderes erwartet. Es ist jetzt sehr amüsant, weil du gesagt hast, Superhelden. Ich dachte, welcher Superhelden? Und dann wirklich, hat es lange gedauert, bis dann, ach ja, Madame Webb. Der Treppenwitz schlechthin. Ja, wirklich, okay. Rino, wie war es bei dir? Ich habe absolut überhaupt gar nichts angeguckt vorher. Ich habe nur das Filmposter gesehen gehabt und habe dann gedacht, okay, weißt du was, jetzt schalte ich auf Scheuklappen und ich habe mir den Trailer nicht angeschaut und gar nichts, weil ich genau so auch nicht wusste, was kommt jetzt. Ist das, das kann halt alles sein, ne? Kann auf dem Level sein vom nächsten Conjuring-Abklatsch oder könnte auch was richtig Gutes sein, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Richtung Hereditary oder so. Habe ich mich überraschen lassen und bin quasi blind dann einfach da rein. Und ich würde sagen, so von der Erwartung her war es dann irgendwie so in der Mitte so ein bisschen. Okay. Ja, dann wollen wir mal jetzt uns drum kümmern, wie wir den Film jetzt fanden. Aber bevor wir das jetzt feststellen können oder herausfinden können, mehr besser gesagt, Chris, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht es hier eigentlich? Die junge Amerikanerin Cecilia hat sich komplett dem katholischen Glauben verschrieben und deswegen reist sie aus den USA nach Italien, um dort dann auch als Novizin einem Kloster beizutreten. Und am Anfang wirkt alles relativ normal. Die Ordensschwestern heißen sie mit offenen Armen willkommen und auch der Ordenspriester Tedeschi ist sehr freundlich zu ihr. Doch plötzlich häufen sich merkwürdige Ereignisse. Cecilia hat Albträume. Manche der Schwestern reagieren ausgesprochen aggressiv auf sie. Und dann passiert etwas, womit sie überhaupt nicht gerechnet hätte, womit niemand gerechnet hätte. Cecilia ist plötzlich schwanger, obwohl sie, wie sie beteuert, noch nie zuvor mit einem Mann verkehrt hat. Und in dem Orden wird dies als ein großes Wunder gefeiert. Doch das ist erst der Anfang von etwas sehr viel Mysteriöserem und auch Gefährlicherem, was sich hier hinter den Kulissen abspielt. Ja, vielen Dank. Ich finde, dass der Film relativ zu Beginn schon eine Sache klarstellt und mir schon sehr gut gefallen hat, nämlich wie er halt einfach aussieht. Ich finde, man merkt diesem Werk an, dass er wirklich sehr viel, also nicht die Kulissen, sondern an Originalschauplätzen gedreht wurde. Sie haben ja größtenteils auch wirklich in Italien, in der Region Rom-Nazio gedreht. Und das merkt man. Dieser Film wirkt, obwohl es eine amerikanische Produktion ist, wirkt er sehr europäisch. Chris, wie hast du den Look des Films wahrgenommen? Ich sag mal so, der Look hat mir das Gefühl gegeben, dass man hier vielleicht doch ein bisschen mehr erwarten kann und dass es dann tatsächlich noch crazier wird, als es dann tatsächlich kommt. Denn gerade wegen diesem sehr europäischen Feeling, das du ja angesprochen hast und ich auch am Anfang, habe ich vielleicht gedacht, wir kriegen hier eine, nun ja, Dario Argento oder Lucio Fulci Hommage. Ebenso die richtigen italienischen Trashmeister werden jetzt hier gehuldigt. Aber von der Bildersprache her bleibt es dann doch recht konservativ. Ja, der Look sieht nicht sehr nach US-Studio-Film aus. Aber was die Farbgebung und Kameraführung betrifft, wird es dann eben doch nicht so over the top. Aber ja, der Look hat mich am Anfang dann doch irgendwo hier und da auf eine falsche Fährte geführt. Renu, konntest du mit dem Look was anfangen? Ist er dir aufgefallen oder sagst du dir so, nee, eigentlich sah der für mich aus wie jeder andere Horrorfilm der letzten 20 Jahre? Nee, nee, absolut aufgefallen. Ich fand die Atmosphäre und die Stimmung kamen super gut. Also nicht nur dieses ominöse und leicht oppressive von so alten Klostergebäuden und Kirchengebäuden, sondern auch so diese Unsicherheit, die man hat, wenn man neu irgendwo ist und nichts kennt. Und Cecilia versteht ja nicht mal die Sprache, was in den Filmen, fand ich, sehr gelungen eingewoben ist. Das ist jetzt nicht wie bei einem normalen amerikanischen Horrorfilm, dass alle Norditalien halt irgendwie plötzlich Englisch reden und das überhaupt nicht erwähnt wird, sondern da muss tatsächlich für sie teilweise übersetzt werden und die reden mit Akzent und so weiter. Also es ist glaubhaft in den Filmen mit eingewoben und bestärkt dann noch die Glaubwürdigkeit. Und daher finde ich dann, wenn der Film dann anfängt, so ein bisschen, also wenn die Handlung anfängt, aus dem Ruder zu laufen und der Crazy Shit passiert, dann haut das noch mal ein bisschen besser rein. Um den Crazy Shit kümmern wir uns gleich, denn ich glaube, dass die meisten Leute sich diesen Film nicht wegen der Optik oder wegen dem Crazy Shit angucken, sondern wegen, der Name wurde schon genannt, Sydney Sweeney, die jetzt hier, glaube ich, ihre vierte Rolle innerhalb von kürzester Zeit spielt. Ich fand, also ich finde die Frau nicht verkehrt als Schauspielerin. Ich kann mir aber ehrlicherweise auch nicht so richtig erklären, woher dieser, ich nenne es mal Hype schon kommt. Auch bei E-Mercolade, finde ich, hat sie ihre Momente, vor allem die allerletzte Szene bleibt in Erinnerung, auch wegen ihrer Leistung. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da krönt sie sich selbst wirklich wortwörtlich zur Scream Queen, anders kann ich es nicht sagen. Aber insgesamt finde ich, dass sie auch hier eine gute Performance abliefert, aber ich immer noch nicht so richtig verstehe, warum gefühlt die halbe Filmwelt total scharf auf sie ist. Rino, hast du vielleicht für mich die Antwort? Ich hätte eine, aber die weiß ich nicht. Nee, ich finde das, ich habe sie so oft noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich habe auch leider, muss ich zugeben, Madame Webb noch nicht gesehen. Deswegen habe ich jetzt den... Schändlich, Rino. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Deswegen habe ich da jetzt den Vergleich gerade nicht. Ich finde sie in dem Film hier, gibt es nicht viel Negatives zu sagen. Sie macht das gut, sie macht das glaubwürdig. Ich finde das jetzt aber auch nicht eine stellare Glanzleistung, Glanzleistung, aber das gibt das Material auch gar nicht unbedingt her. Das ist da vielleicht der... Den Anspruch hat der Film jetzt nicht. Sie ist keine Ripley im Nonnengewand. Da reicht es nicht ganz hin, aber sie macht das auch wirklich überhaupt nicht schlecht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da doch mehrere Rollen in der Richtung durchaus meistern kann. Da geht noch ein bisschen mehr, aber war komplett total passabel. Chris, hast du ein Plenoyer vorbereitet für City Green? Absolut. Denn ich sah mir ja letztes Jahr zum ersten Mal Euphoria an. Die Show, die sie ganz groß rausgebracht hat. Sie war ja die Entdeckung in Euphoria mit Zendaya zusammen. Und da liefert sie auch ordentlich ab. Sie kann in sehr dramatischen, komplizierten Rollen tatsächlich brillieren. Das scheint ja, so hört man auch von verschiedenen Stimmen aus der Kritik, besser zu ihr zu passen als tatsächlich was Liebesnettes wie in einer Rom-Com. Und ich habe schon den Eindruck, natürlich in erster Linie wegen ihrem Aussehen, dass Hollywood der Meinung ist, wir haben hier eine Sexbombe, der man sehr komplizierte Rollen und auch heftige Genrekost zuzumuten ist. Wir haben hier die nächste Scarlett Johansson an der Angel. Also sie wird ja regelrecht auf den Status des Superstars vorbereitet. Mit jedem neuen Film wächst der Hype. Sie hat zuletzt ja auch gerade vor kurzem den neuen Ron-Howard-Film abgedreht. Also da kommt noch eine ganze Menge, was sie in ganz andere Sphären katapultieren wird. Aber ja, wenn wir uns einfach nur auf das hier beschränken, da bin ich bei euch. Solide Leistung. Sie trägt den Film. Aber das Material ist halt dermaßen schamloser Trash, dass man hier nicht erwarten kann, dass sie jetzt eine Leistung gibt, die irgendwie Awards, die jetzt irgendwie ein Award-Kaliber hätte. Sie tut, was sie hier tun kann mit diesem idiotischen Drehbuch. Und da hätte niemand mehr rausholen können. Man muss ja auch dazu sagen, dass Whitney Sweeney den Film mitproduziert hat. Sie sollte ja, glaube ich, schon vor zehn Jahren in diesem Film mitspielen. Und hatte die Rolle wohl auch bekommen. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Rolle war. Auf jeden Fall war sie wohl gecastet. Und dann ist das Projekt aber irgendwie gestorben. Und jetzt hat sie es halt mit angeleiert. Also sie ist halt mit dafür verantwortlich, dass dieser Film überhaupt existiert. Also da scheint schon irgendwas vorgefallen zu sein, dass sie von dem Projekt überzeugt ist. Sie hat ja auch den Regisseur Michael Mohan, du hast es schon erwähnt, die haben ein paar Wurzungen gedreht und könnt ihr euch auf Prime Video angucken. Hat sie, glaube ich, auch extra für diesen Film ausgewählt. Also es ist wirklich ihr Baby, was ich ganz entfassen könnte, wenn man weiß, worum es geht. Ja, dann wäre ein bisschen Behind-the-Scenes-Material und Interviews von Nöten, weil ich dann wirklich gerne wissen würde, was sie in diesem Stoff gesehen hat. Aber, pass auf, du hast ja schon gesagt, das ist Trash. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber es ist für mich ein Film, der diesen Trash sehr gut einfängt und der auch tatsächlich, also wenn ich es vergleiche mit den letzten Horrorfilmen, die ich im Kino geguckt habe, tatsächlich ein bisschen Frische reinbringt. Nicht nur halt eben wegen seiner, ich nenne es mal, sanft oder seichten europäischen DNA und dass er auch, wie du schon sagtest, zum Giallo-Kino rüberlunst, sondern auch einfach, weil er mit einer solchen Kaltschnäuzigkeit seine komplett krude und total bescheuerte Geschichte erzählt und die dabei so herrlich ernst nimmt, dass ich wirklich, wirklich überrascht war und damit echt eine richtig schöne Zeit hatte. Also, wir wollen jetzt hier auf Spider-Grid nicht eingehen, worum es eigentlich geht. Ja, schade, schade, aber ja. Ja, aber ganz ehrlich, es gibt so ein paar Momente, wenn du ein bisschen Ahnung von Filmen hast oder mehr als drei Horrorfilme gesehen hast, dann weißt du halt so, dass so nebenbei gesachene Worte schon wichtig sein können. Und wenn zum Beispiel jemand dir sagt, so, ja, ich war übrigens früher Biologe oder Genetiker, dann hast du schon so eine gewisse Ahnung, worin es geht. Aber, dass wir hier mit einem Film zu tun haben, der einfach mal, ja, ich sag's mal, unverschämterweise Rosemary's Baby mit Jurassic Park Kreuz im Kloster, ist halt irgendwie geil. Sorry. Ja, bisschen Alien Resurrection haben wir auch noch drin. Ja, ging mir tatsächlich genauso. Also, ich hab mich auf diesen Ritt sehr gut einlassen können, sagen wir es mal so. Und den führt er dann auch, meiner Meinung nach, konsequent wunderbar bis zum Ende. War nie langweilig. Hat Spaß gemacht. War super abstrus natürlich dann irgendwann. Aber der liefert und der liefert auch für Horrorfans, würde ich sagen, auf jeden Fall, was man sehen will in so einem Film. Was ich negativ ankreiden würde, ein bisschen sind die Jumpscares, die fand ich wenig kreativ. Bei mir im Kino waren die auch richtig laut. Man sieht, die kilometerweit kommen vorher und dann kommen sie auch und die sind halt auch nicht irgendwie wahnsinnig kreativ eingesetzt oder machen jetzt irgendwie was. Du willst etwa sagen, dass du es nicht mehr toll findest, wenn jemand vor einer Scheibe steht und plötzlich ein Vogel dagegen knallt? Also, ich bin schockiert. Ja, es ist nicht nur das. Also, ich kann nicht sagen, dass ich eine ganz schlechte Zeit hatte, aber ich hab mich damit nicht so vergnügen können wie ihr beide, weil für mich war das irgendwo dazwischen. Ja, der hat Anleihen an italienisches Trashkino, aber er traut sich dann doch nicht, den Sprung dahin zu 100% zu wagen. Auch das Finale ist nicht so batshit crazy, wie es sein könnte. Da ist der irgendwie doch ein bisschen für mich mit angezogener Handbremse. Und die Jumpscares in der Mitte, die waren halt auch diese Dinge, die einen mittlerweile wirklich schon richtig aufregen können, wenn du dann einfach nur solche Fake-Momente hast. Oh, es war nur ein Traum. Oh, es war nur dies und das. Und das regt mich mittlerweile schon auf. Das kann ich nicht mehr sehen. Also, der hat schon was Frisches im Vergleich jetzt zu Sachen aus dem Conjuring-Universe, was sich ja immer hundertprozentig gleich anfühlt. Aber irgendwo, und das habt ihr ja auch schon gesagt, nimmt er sich bei seiner Prämisse ein bisschen zu ernst und hätte er damit mehr Spaß gehabt und hätte wirklich komplett am Rad gedreht. Also so, dass man hier schon das Gefühl hat, man ertrinkt in den Blutfontänen und das ist nur noch eine einzige Blutoper. Ja, dann hätte ich damit meinen Spaß haben können. Aber so war mir das dann doch ein bisschen für das, worum es hier geht, zu dir ernst. Wobei ich sagen muss, mir hat gerade das Ende richtig gut gefallen, weil er ja da dir ein paar Sachen, sag ich mal, vorenthält, sodass du immer noch es die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht doch ins Übernatürliche reinragt. Das wird ja nicht so ganz geklärt. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und zu dem Blut, ich finde tatsächlich, er hat ja wirklich ein paar ziemlich herbe Gewaltspitzen. Ich habe gerade auch mal in den FSK geguckt, der hat noch keine FSK-Freigabe. Für mich wäre aber E-Merculate ein Titel, der durchaus Chancen hätte, eine rota FSK 18 zu bekommen, denn der hat zwei, drei echt fiese Gewaltmomente. Und ich habe ja nichts gegen Kunstblut, aber ich fand sie hier stellenweise ein bisschen zu aufgesetzt. Und da waren sie auch, glaube ich, nur da, um Ekel zu evozieren oder damit man irgendwas hat, damit die, in Anführungszeichen, die Horrorfans auch mal was zum Jubeln haben. Ich muss sagen, ich habe nichts gegen Filmgewalt und die ist ja auch arg übertrieben, aber die hat für mich noch weniger reingepasst als die Jumpscares. Wie war es bei dir, Reno? Ich fand sie relativ strategisch gut verteilt halt auch. Also immer, wenn man mal wieder ein bisschen was gebraucht hat, dann kam auch wieder ein bisschen was. Fand ich okay. Hätte ich auch mehr genommen, habe ich jetzt aber nicht extrem vermisst, ehrlich gesagt. Also ich fand es dann tatsächlich auch ganz gegen Ende war es mir dann ein bisschen zu formulärisch, obwohl den kompletten Schluss fand ich dann auch wieder ganz gut, obwohl für mich, ich finde, der Film endet so zwei Sekunden zu spät. Ich hätte gern das Allerletzte, hätte ich nicht mehr gewusst. So ein bisschen Inception-mäßig, aber das passt dann aber auch in die so ein bisschen unterschwelligen Themen, die da nur ganz leicht drin sind. Also so ein bisschen geht es um körperliche Autonomie von Frauen und so. Aber aber ja, nein, ich vermisse da nicht mehr Gewalt, als jetzt drin war und ich fand sie, die können tatsächlich, muss gar nicht so viel drin sein, wie du glaube ich meinst. Oder meintest du, es war schon fast zu viel und unnötig? Nee, aber es gibt halt so, gab es halt so Szenen, wo ich mich schon gefragt habe, warum sind die jetzt da? Ja, es gibt zum Beispiel eine sehr explizite Gewaltszene oder Ekelszene mit einem Fingernagel und da war mir nicht ganz bewusst so, was sollte das jetzt? Ja, ich hab mich da ein bisschen geekelt, aber das war halt mehr so Schockvalue, einfach damit du irgendwas hast. Ja, ja, und auch leider Standard Body Horror. Was fällt dir als erstes ein bei Body Horror? Ah, der Fingernagel und der Zahn und das ist natürlich. Genau. Ja, das hätte nicht unbedingt sein müssen, aber ach. Aber was sagt denn unsere Blutgräfin Chris zum Gewaltgrad von Immaculate? Chris, bist du glücklich, weil es so blutig war oder war der es so viel oder sagst du, das ist eigentlich nur eine richtige Dosis an Gewalt für diesen Film? Es ist vielleicht weniger der Maßstab an Gewalt, sondern der Ton, in dem die Gewalt präsentiert wird. Also, es ist vielleicht schwierig auszudrücken, so wie ich das sage, meint man fast, das sollte eine Art Horror Comedy umkippen. Aber ich bin halt der Meinung, der Film weiß nicht hundertprozentig, wo er hin will. Er will sich einerseits einem Mainstream-Publikum ein bisschen anbietern, andererseits hat der Regisseur da eben diese Italo-Einflüsse und das ergibt für mich nie wirklich ein stimmiges Ganzes, weil er dann stilistisch nicht so wirklich so am Rad dreht, wie er könnte und weil er dann aber trotzdem in dieser sehr andersartigen Optik viel Schema F präsentiert. Deswegen war das für mich ein ziemlich unausgegorener Brei. Ich habe auch hier und da meinen Spaß mit bestimmten Stellen gehabt, eine bestimmte Figur, die dann endlich das bekam, was sie verdiente. Das war für mich ein sehr befriedigender Moment. Und ja, die allerletzte Szene ist halt auch etwas, das muss sich ein Studiofilm erst einmal trauen, auch wenn man es nicht hundertprozentig zeigt, aber das hätte bei weitem nicht jeder gemacht. Aber unterm Strich, ja, fehlte mir da irgendwie schon eine klare Linie. Ja, das ist gut gesagt, also, dass diese Tonalität der Gewalt irgendwie manchmal nicht reinpasst, das fand ich auch. Auf der anderen Seite wirkte der Film halt so auch immer so ein bisschen europäisch, so ein bisschen schmutzig, so ein bisschen schmuddelig irgendwie. Und das nicht nur, weil du halt eben ein paar Mal siehst, wie Sidney Sweeney da irgendwie mit einem nassen, weißen Naken bekleidet irgendwo um die Ecke huscht. Wobei, dass Leute gesagt werden, ich finde, dass der Job, ach der Job, der Film sie niemals objektifiziert. Oh ja, das stimmt. Wenn man bedenkt, mit wem man es hier zu tun hat, ich meine, die Frau hat glaube ich schon in ihrer relativ kurzen Filmografie eine Anzahl an Nacktszenen, die würde Kate Winslet erröten lassen, ist es wirklich schon beeindruckend, dass ausgerechnet Tier bleibt sie bekleidet und da bleibt es ziemlich züchtig. Das hätte ich hier nicht erwartet. Im Klosterfilm bleibt es züchtig. Ja, was für ein Klosterfilm. Ja, also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber von meiner Seite aus können wir gerne zu einem Fazit kommen oder ihr wollt noch irgendwie erzählen, dass euch der Film die Vorfreude genommen hat auf Sister Act 3 oder so. Kann natürlich sein. Nee, ich möchte mehr Pinguin-Dokumentation sehen, jetzt komischerweise. Okay. Gut, dann fangen wir mal an und wisst ihr was, Ladies First, also ich zuerst, Immaculate ist wirklich besser, als ich erwartet habe. Es ist ein Film, den ich ganz grob beschreiben würde als Humbug-Horror. Kompletter Humbug, komplett eigentlich disolat, wenn man sich anguckt, aus welchen Versatzteilen der besteht, aber insgesamt fand ich damit echt eine gute Zeit. Es ist Trash, es ist ein gut gemachter Trash, es ist ein Horrorfilm, der fühlt sich ein bisschen anders an, ein bisschen schmuddeliger, aber auch ein bisschen wertiger, ein bisschen haptischer. Ich hatte damit eine gute Zeit im Kino. Wird das ein Film sein, an den ich in zehn Jahren noch denken werde? Nee, eher nicht, aber wenn ich bedenke, dass ich sowas erwartet habe wie The Nun Teil 2 oder The Nun 1 oder vermutlich irgendwann The Nun 3, war ich dann doch sehr zufrieden mit dem Film und würde ihnen, wenn ihr so einen Hang für Sidney Sweeney und Non-Horrorfilme habt, sagen, geht ins Kino am Viertner. Hoffentlich. Rino, bitte. Ich finde, um zu so einem kleinen Kultklassiker oder so zu werden, da eskaliert er dann tatsächlich nicht genug, obwohl die Story wunderbar abstrus ist. Aber wer einen Horrorfilm sehen möchte, der nicht kompletter Quatsch ist, beziehungsweise, doch, der kompletter Quatsch ist, aber trotzdem Spaß macht und gut ist, der ist hier absolut, wird auf seine Kosten kommen. Ja, bin dafür. Ja, kann man machen. Also, für mich ist es halt ein schwieriger Fall. Ich habe mich nie gelangweilt, ich habe mich aber auch nicht prächtig amüsiert. Für Sidney Sweeney-Fans ist ja diesbezüglich alles Pflicht. Ich meine, es gibt Leute, die haben sich nur wegen ihr Madame Webb angesehen. Die können sich dann auch mit ganz ruhigem Gewissen das hier ansehen. Aber alles in allem ist das auch ein Kandidat, wo ich sagen würde, da kann man bis zum Streaming-Termin warten. Alles klar. Gut, dann sind wir hier mit durch. Wie gesagt, Emia Kulade ab dem 4. April in den deutschen Kinos. Schon vorab überall zu sehen oder zu hören sind unsere Podcasts, nämlich auf www.tele-stammtisch.de. Außerdem überall dort, wo es Podcasts und Likes gibt, da findet ihr uns. Könnt ihr also gerne mal einen Like oder einen Kommentar oder eine positive Bewertung da lassen. Das würde uns sehr freuen. Der Rino, der Chris und ich, wir müssen jetzt leider wieder zurück auf die Straße, Protestanten kloppen. Als Katholiken muss das da sein. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Ich sage Tschüss, dann sagt der Rino Tschüss und dem Chris gehört das letzte Wort. Tschüss. Sag ich jetzt Tschüss? Ich sag nicht mehr Tschüss. Mein Schweigegelübde gilt ab jetzt wieder. Wir bitten weiterhin um Vergebung, auch wenn wir sie nicht erhalten werden. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi Applaus und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.